Aus nur vier Zutaten lassen sich viele unterschiedliche Biersorten kreieren. Die richtige Zusammensetzung dieser Zutaten ist die Kunst des Bierbrauts. Der Hopfen bringt zum Beispiel die bittere und das typische Hopfenaroma ins Bier. Die Malze sind zuständig für den Körper und die Farbe. Bei unserem Landbier ist das dunkle Malz ein wesentlicher Bestandteil seines Charakters.